hallo ich bin stefan mohr ich bin geschäftsführer jungformat next und zuständig für das digitale plattformgeschäft und hier insbesondere auch für das mobile und ich erzähle euch heute ein bisschen was über mobile marketing und wie das ganze in agenturen so funktionieren sollte und zwar fangen wir an mit dem wichtigsten bestandteil und zwar die relevanz viele unserer kunden fragen immer ist in der mobile kanal überhaupt relevant und bekomme ich da meine reichweite und deshalb gibt es erstmal ein paar zahlen und fakten wir bewegen uns vom klick in das touch zeitalter was heißt das genau 2011 wurden bereits mehr tablets und smartphones verkauft als laptops und pcs ende 2012 sogar jedes zweite verkaufte handy einen smartphone sein bereits 2014 wird es mehr mobile internet zugriffe geben als vom stationären web nächste punkt das mobile internet wird sogar öfter genutzt als tv bei der mehrmals täglichen nutzung hat das mobile internet das tv sogar überholt mittlerweile 80 prozent der mobile internet nutzer sind täglich bis zu einer stunde mobil online das verglichen mit der tv nutzung irgendwie eine ganz schöne summe 86 prozent der mobilen internet nutzer nutzen ihr gerät während sie fernsehen schauen ist natürlich auch ganz besonders wichtig dann wenn man sich kommunikation überlegt smartphones werden immer mehr das standard device für den mobilen internet zugang was heißt das der smartphone absatz in den letzten jahren rasant gestiegen 31 prozent in 2011 jeder dritte in deutschland hat ein smartphone auch ganz spannend die zielgruppe ist always in touch und zwar rund um die uhr und immer die gruppe der mobilen intensivnutzer das sind diejenigen die sechs bis sieben tage in der woche das handy für den zugang zum mobilen internet nutzen wächst 2012 um 83 prozent 92 prozent der intensivnutzer sind mobil im internet unterwegs wen wundert das 49 prozent sind fast immer online um nichts zu verpassen durchgehend 24 stunden am tag auch noch mal ein ganz spannender insight die zielgruppe verschiebt ihre präferenzen und früher irgendwie die jugendlichen dann doch ein bisschen gefeiert haben ist es mittlerweile so dass er dass die jugendlichen eher eine woche lang auf alkohol und sex verzichten als auf ihr mobiles endgerät das war bei mir damals ein bisschen anders heutzutage scheint das so zu sein so jetzt haben wir uns die mobilen nutzer angeguckt dass es irgendwie ganz schön viele gibt das ist wirklich die für die reichweite sehr interessant ist jetzt schauen wir uns mal an was machen die mobilen nutzer überhaupt auf ihrem mobilen endgerät zunächst einmal machen sie genau dasselbe wie im stationären internet auch der mobil nutzer informiert sich beispielsweise auf portalen und newsgroups und holt sich informationen auf sein endgerät was heißt das hier einfach auch noch mal eine zahlt die mobile audience wächst um 134 prozent bei infos zur gesundheit im jahresverlauf bis zwei bis ende 2011 und 94 prozent bei online retail und um 74 prozent bei ganz allgemeinen news und infos die dann komplett über das mobile endgerät abgerufen werden bild hat eine reichweite von 16 5 prozent spiegel von 10,1 prozent bei einer grundgesamtheit von 16 ein bisschen mehr als 16 millionen unique mobile user das heißt also auch da von der reichweite her ist es eine spannende zahl und zeigt halt auch wie relevant der kanal auch für den mobilen internet nutzer an der stelle ist der mobile nutzer schaut sich auch werbung an das für uns in der kommunikationsbranche natürlich ganz wichtig was heißt das ist das ist das nur eine vermutung oder ist das tatsächlich so nein das ist tatsächlich so der weltweite markt für mobile werbung beträgt momentan 3,3 milliarden us dollar jahr 2011 und verdoppelt sich jedes jahr bis 2015 auf satte 20,6 milliarden us dollar dann kann man sagen okay wird viel geld ausgegeben aber wird dann auch sich das nicht nur angeschaut sondern auch geklickt eine erfolgsmessungs garantie ist die click through rate bei bannern die beträgt 2,4 prozent bei smartphones und sogar drei prozent auf tablets verglichen mit dem stationären internet wo es 2,5 prozent sind also da zumindest auf tablets auch eine steigerung das heißt wir können hier wirklich von einem relevanten werbemedium auch sprechen der mobile nutzer hört musik und kommuniziert über soziale netzwerke auch kann man sich vorstellen dass das so ist hier auch noch mal eine zahl dazu die das untermauert der anteil von mobile am gesamt traffic von facebook beträgt 33 prozent bei twitter sogar 50 prozent und sagenhafte 70 prozent bei pandora das ist das größte internet radio was es auch stationär gibt aber eben halt hauptsächlich mobil genutzt wird in den usa also wird das auch dort ganz massiv genutzt auch sehr schön der mobile nutzer bezahlt auch über den mobilen kanal und über sein handy der online bezahl dienst paypal der häufig der hauptsächlich seine geschäfte im stationären internet macht hat aber auch schon in 2011 vier milliarden dollar an mobile payments umgesetzt also eine wirklich eine beeindruckende zahl und was auch ganz spannend ist der mobile nutzer bezahlt sogar für inhalte was im stationären internet eher nicht der fall ist da ist die kostenlose kultur wird angeprangert zumindest auf tablets ist das so da gab es auch eine studie dazu news hatten auf tablets im vierten quartal 2011 einen bezahlanteil von 19 prozent in usa 42 prozent in italien und sogar 15 prozent in deutschland bei jedem stationären computer wird das wahrscheinlich eher ganz anders sein und viel homöopathischer ausfallen